Florian Silbereisen und Beatrice Egli, das Traumpaar der Schlagerwelt, haben ihre Fans erneut begeistert und überrascht. Bei einem ihrer gemeinsamen Auftritte geschah etwas, das die Zuschauer für immer in Erinnerung behalten werden. Florian, bekannt für seine warmherzige und offene Artikel entschied sich, Beatrice auf eine ganz besondere Weise zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Es war ein herrlicher Sommerabend, als die beiden auf einer großen Bühne vor Tausenden von Fans standen. Die Atmosphäre war elektrisierend, die Lichter funkelten und die Menge sang begeistert mit. Als das letzte Lied endete und der Applaus langsam abbebte, nahm Florian das Mikrofon und bat und Aufmerksamkeit. Die Menge verstummte gespannt, als er mit warmem Lächeln sprach, ich möchte diesen besonderen Moment nutzen und etwas sehr Wichtiges zu tun. Beatrice, die neben ihm stand, blickte ihn überrascht und neugierig an. Florian kniete sich plötzlich hin, zog eine kleine, edle Schatulle aus seiner Tasche und öffnete sie. Ein funkelnder Verlobungsring blitzte im Scheinwerferlicht auf. Die Zuschauer hielten den Atem an, als er sagte, Beatrice, du bist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Du bist meine große Liebe und mein bester Freund. Willst du meine Frau werden? Tränen der Rührung traten Beatrice in die Augen. Sie blickte in Florians Augen und konnte kaum ihre Freude fassen. Mit zitternder Stimme antwortete sie, ja, ich stimme zu. Ein Jubel brach aus, als die beiden sich umarmten und Florian den Ring an ihren Finger steckte. Es war ein Moment purer Magie, der die Herzen der Zuschauer höher schlagen ließ. Die Fans applaudierten laut, und viele hatten Tränen der Freude in den Augen. Die Bühne, die Lichter und die Musik – alles schien perfekt für diesen Augenblick der Liebe. Doch das war noch nicht alles. Nach dem Antrag hob Florian Beatrice in die Luft und drehte sich mit ihr lachend im Kreis. Die beiden sahen so glücklich aus, dass es jeden, der zusah, tief berührte. Als sie sich beruhigten und Florian Beatrice wieder absetzte, zog er noch eine weitere Schachtel aus seiner Tasche. Diesmal war es ein Geschenk für sie. Ich wollte dir etwas ganz Besonderes schenken, und diesen Moment zu feiern, sagte er lächelnd. Beatrice öffnete die Schachtel und fand darin ein wunderschönes Armband, das mit einer Gravur versehen war. Die Gravur lautete, für immer deine, Florian. Sie sah ihn gerührt an und flüsterte, das ist so wunderschön. Danke, Florian. Es war ein Symbol ihrer Liebe, das sie immer bei sich tragen würde. Doch die Überraschungen waren noch nicht zu Ende. Florian hatte noch eine letzte Ankündigung für ihre Fans. Wir haben noch eine weitere freudige Nachricht, sagte er. Die Menge lauschte gespannt. Beatrice und ich haben beschlossen, unsere Hochzeit in einem ganz besonderen Rahmen zu feiern. Wir werden in einer kleinen, romantischen Kapelle heiraten, umgeben von unseren engsten Freunden und Familienmitgliedern. Und ihr alle seid herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit uns zu feiern per Live-Stream. Die Fans brachen erneut in Jubel aus. Die Idee, an diesem besonderen Tag teilzuhaben, auch wenn sie nicht physisch anwesend sein konnten, begeisterte sie. Es war ein Zeichen dafür, wie sehr Florian und Beatrice ihre Fans schätzen und sie in ihre Glücksmomente einbeziehen wollten. Die Ankündigung und der Antrag waren ein Höhepunkt in der Beziehung der beiden, die bereits viele Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert hatten. Ihre Fans haben sie durch dick und dünn begleitet und waren immer an ihrer Seite. Die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit war der perfekte Abschluss eines unvergesslichen Abends. Nach der Show wurden die sozialen Medien von Glückwünschen und herzlichen Nachrichten überschwemmt. Die Fans teilten ihre Freude und Vorfreude auf die Hochzeit, die schon bald stattfinden würde. Es war ein Ereignis, das die Herzen vieler Menschen berührte und zeigte, wie stark die Liebe zwischen Florian und Beatrice ist. In einem späteren Interview bedankten sich Florian und Beatrice bei ihren Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe. Wir sind so dankbar für die vielen lieben Worte und die Unterstützung unserer Fans, sagte Beatrice strahlend. Es bedeutet uns so viel, dass ihr diesen Weg mit uns geht. Florian fügte hinzu, die Liebe und der Zuspruch, den wir von euch allen erhalten, sind einfach unglaublich. Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Tag mit euch zu teilen und unsere Liebe zu feiern. Die Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli ist eine inspirierende Liebesgeschichte, die zeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Ihre Fans sind gespannt auf die Hochzeit und freuen sich darauf, das glückliche Paar auf ihrem Weg in die gemeinsame Zukunft zu begleiten. Es bleibt spannend, was die Zukunft für dieses bezaubernde Paar bereithält.